Hallo und herzlich Willkommen zurück hier auf euren Lieblings-YouTube-Kanal bei American Subs, einem Online-Shop für Sport, Nahrung, Bodybuilding und Gesundheit. Ich stelle euch heute von 5% Nutrition bzw. von Rich Pian, den Joint Defender vor. Und Joint Defender ist eben ein Supplement, was ihr wunderbar einnehmen könnt zur Unterstützung für eure Gelenke, aber auch für die Sehnen und Bänder. Wichtig ist ja hier einfach nochmal, dass ihr gescheit trainiert, dass ihr auch die Muskulatur um die Gelenke anständig trainiert und stärkt, aber eben da auch so was die Haltung angeht und eben auch die Vorbereitung, wie das Aufwärmen, das nachträgliche Cooldown und so, dass es eben alles rundum perfekt optimal abgestimmt ist. Und als Ergänzung könnt ihr dann eben hier wunderbar nochmal mit so einem Joint Defender eben arbeiten. Vor allem dann auch vorbeugend hervorragend geeignet. So sieht die Verpackung aus. Sie kommt jetzt alles so in der Legendary Series. Eben früher waren sie alle schwarz, aber nach und nach haben wir schon die Vermutung, dass alles jetzt eben auf das weiße Design umgeändert wird. Wir haben 200 Kapseln hier pro Dose, aktuell einen kleinen schönen Sonderpreis eben. Und wie gesagt, hier geht es halt wirklich darum, einfach nochmal alles zu optimieren, denn ihr wisst, Kraftsport oder Leistungssport ist immer einfach. Ja, da gehören einfach viele Säulen dazu, um, ja, die dann letztendlich zum Erfolg führen. Das ist das Training, das ist die Ernährung, das ist die Regeneration, das ist die optimale Versorgung mit den Nährstoffen eben auch des Körpers. Und so rundum funktioniert das Ganze eben auch, auch wenn ihr vor allem langfristig trainieren wollt und euch nicht irgendwie frühzeitig dann alles zerstören wollt. Also ihr merkt es auch, wenn ihr die Inhaltsstoffe euch mal einfach näher anschaut, was drin enthalten ist. Es ist Glucosaminsulfat, Kalium drin, es ist Methylsulfonylmethan drin, eine Kollagen aus dem Hühnersternum, also Sternum ist ja hier dieses Brustbein, daraus wird es dann gewonnen, eben Chonrodrin-Sulfat, L-Polin, also alles Stoffe oder auch Hyaluronsäure, die dafür bekannt sind, dass sie halt, ja, zur Unterstützung der Gelenke eingenommen werden. Wir haben Katzenklauenpulver mit drin, Kurkuma-Extrakt, Kurkuma-Extrakt wird ja auch entzündungshemmend und das ist eben hier auch nochmal so ein wichtiger Faktor, eben entzündungshemmend zu arbeiten. Das könnt ihr über die Lebensmittel steuern, aber eben auch über so eine Ergänzung. Dann habt ihr natürlich auch den schwarzen Pfefferextrakt mit drin, eben aus dem und einfach damit die Nährstoffe auch alle besser aufgenommen werden können. Okay, genauso wie jetzt eine Versorgung mit Vitamine, mit Mineralstoffe, könnt ihr hiermit wunderbar arbeiten, um euch einfach nochmal eine ganzheitliche Unterstützung und Optimierung zu bieten. Okay, ich wünsche euch was!